Ich heiße diese Hubs! Ah, ihr habt den ersten Schatztipp gefunden. Man munkelt, dass ein wertvoller Gegenstand irgendwo in Erbien versteckt sei. Die Hinweise sollten euch hinführen. Soweit ich weiß, sind es insgesamt sechs. Die Hinweise sollten euch hinführen. Die Hinweise sollten euch hinführen. Ihr mögt echt keine Hubs, ne? Ihr werdet langsam offensichtlich recht zertraut. Modifikator. Ihr mögt echt keine Hubs. Eure Gesundheit ist auf niedrigem Stand. Habt ihr Tränke oder Essen? Ihr habt wieder eine. Ihr mögt echt keine Hubs, was? Und wieder einer für mich. Ihr mögt echt keine Hubs, was? Ihr habt wieder eine. Ihr habt eine ausgezeichnet. Vor jetzt! Ihr habt wieder eine. Das ist nicht fair. Ich habe eine mehr Hubs gekült. Ihr mögt echt keine Hubs, was? Mehr jetzt! Wir haben mich noch nicht, was? Das ist nicht fair. Ich habe mehr Hubs getötet, aber ihr flötet immer noch. Neben euch sehe ich all das. Und wieder einer für mich. Und wieder einer für mich. Ihr habt wieder eine. Ihr habt wieder eine. Wie viele muss ich töten? 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 Ihr habt den Hubs wirklich eine Lektion erteilt. Die werden es sich zweimal überlegen, bevor sie mir wieder was klauen. Nicht schlecht. Nächstes Mal wird es aber nicht so einfach. Dann gehört die Trophäe jetzt euch. Vorübergehend. Das reicht mir jetzt. Vielleicht hat die Gilde was Interessanteres für mich zu tun. Ich sollte dir den Schaden ansehen. Ich sollte dir den Schaden ansehen. Ich sollte die Gilde.